Das hier ist das Testlabor für den Biobliterator. Mal sehen, was Nefarius plant. Mann, ich wusste gar nicht, dass sie so ungezogen sind, Miss Kias. Hast du nie Aufzug bitten? Gut, bin schon still. Mann, das glaubt ihr die Jungs nicht. Und er geht hier zu... Mann, zerstöre alle Machis, Alter. Cyber-Shutmacker. Roboter gemacht? Das ist unmöglich! Nicht für Doktor Nefarius. Keine Angst, Richard. Die Umwandlung tut nicht sehr. Nicht sehr. Okay, girl. You wanna fight? Und außerdem wird dir die Existenz als Robo Spaß machen. Ich hoffe, du kämpfst besser als du singst. Come on, girl! Ja, ich hasse ihre Puppies. Okay. You know what Shockey means? Yeah! That's the power that I need. Shock-Kanone. Power! Das ist Schock-I-V5. Die Schock-Kanone. Okay, don't screw up, Shadow. Wow! Irgendwie nimmt die keinen Schaden. Komm her! Komm her und fighte wie eine Frau! Das sieht schon besser aus. Komm schon, ich bleib in Bewegung. Ist doch sonst so schnell. Oder kommst du mir nur jetzt so langsam vor? Okay, jetzt wird's kritisch. Oh Gott, schocky. Oh Gott, extra live. Die Robots können mich mal kreuzweise. Die Boss-Fights sind hier echt einfach nur interessant. Jetzt ist sie nicht mehr in ihren Käfigen. And now, it's time to meet, to fight my style. Come and get some. That's it, Kourtney, you're down. Deine Karriere ist abgesetzt. Da, den niemand vermissen wird. Evil. Und so, Clank. Und so, Clank. Übertragung von der Phönix. Wir haben Nefarius Sternkreuzer gefunden. Er tagt im Sternhafen von Seltrin. Quark ist schon dorthin unterwegs. Ist vielleicht ne Falle. Ich glaube, Kourtney Gears wollte uns reinlegen. Und trotzdem, wir können Nefarius nur so aufhalten. Wir treffen Quark im Sternhafen. Sei vorsichtig, Ratchet. Komm, Clank. Ums Git kümmern wir uns später. Äh, Xovi zerstört alle Machis und so. Und so. Die sind wir noch nicht fortführend. Aber hier. Die Schockkanone. This is what I called. Ultimate Shot. Kostet ganze 10 Schuss. Ah, Mist. Mir fehlt immer noch ein bisschen Kleingeld. Immer noch. Okay. 10 Raumhafen. Das mache ich noch. Und dann ist, glaube ich, erst mal Schluss. Fiu. Ja, Moinsen. Super, was soll ich jetzt mit meiner Nagelschere machen? Okay, Leute. Ich weiß, dass es da jetzt storymäßig weitergeht. Aber ich will da erst mal lang. Weil ich habe das gestumpfe Gefühl, da ist was. Jetzt mal abgesehen von den Ninjas. Vor allem ist hier Geld, was ich haben will. So. Minjas. Minjas. Cyber-Ninjas. Wer denkt sich sowas aus? So, listen to the soundtrack. Da-da. Endlich. Meine Lieblingswaffe. Die N90 Hurricane. Guckt euch das Baby an. Die N90 Hurricane. Und ich kann mir sogar meine Lieblingswaffe kaufen. Okay. Jetzt habe ich die N90 Hurricane. Die Schockkanone. Okay. Okay. Oh. Oh. Ich bin schon fast wieder schon maximal Nanotech ab. Oh Gott. Oh, perfekter Opfer. Maximal Nanotech ab. Okay, da ist noch so ein Freak. Down. Da ist noch so einer. Down. Oh crap. Whew. slowly it's really getting interesting here what? oh damn it oh fuck i'm done playing around mit euch reicht's mir jetzt wait wait a second i go back and buy my Lieblingsspielzeug Scheibenklinkpistole die könnte ich mir jetzt immer noch kaufen ok